Krieg entspringt aus Täuschung. Jahrelang hat der Westen die Welt in ein Schlachtfeld verwandelt. Dieses korrupte Geschwätz, während unsere Brüder und Söhne Blut vergießen. Krieg vergessen, kein Russisch. Doch Täuschung ist zweiseitig. Große Behörden behaupten, dass der Angriff von einem CIA-Agenten namens Joseph Allen geplant wurde. Je größer die Lüge, desto wahrscheinlicher glauben sie die Leute. Und wenn eine Nation nach Rache streitet, verbreitet sich die Lüge wie ein Lauffeuer. Ich sehe Kampfjäger über die Lüge und reinge sich. Das Feuer breitet sich aus. Es verschlingt alles. Dies ist ein kriegerischer Akt gegen die Vereinigten Staaten. Unsere Feinde glauben, dass sie allein den Verlauf der Geschichte bestimmen. Doch es bedarf nur des Willens eines einzelnen Mannes. So was ist super, Opernfein? Aber der Unterschlupf ist direkt voraus. Los, weiter! Zurück, zurück! Wir verlieren ihn! Lade! Drei, Zwo, Eins, weg! Wird getroffen! Wird getroffen! Wird getroffen! Wir dürfen New York nicht verlieren! Sind in dem Gebiet Spezialeinheiten, die wir abberufen können. Bei Bennetfield ist ein Team der Delta Force. Rufzeichen Metal. Overlord, Metal 01 am anderen Ende. Hier ist Sandman. Bestätige den Residenzeinsatz. Over. Gut, Sie auf unserer Seite zu haben, Sandman. Die Russen blockieren mit elektronischen Gegenmaßnahmen unsere Kommunikations- und Lenksysteme. Der primäre Mast befindet sich oben auf der Börse und Ihr Team soll ihn zerstören. Er sendet auf allen Frequenzen, also gibt es bis zur Zerstörung keinen Funk. Ich habe Einheiten am Boden, die Sie hinbringen. Over. Alles klar, packen wir's an. Markeitenberger! Schleiße, diese 70 Euro Lust. Frost! Frost! Mach dich bereit! Wir müssen los! Schnell! like, schau! Ja, und damit willkommen! Zug! Und da war viel geblieben! Ei, gescheiße! Oh. Ja, so wie sind Vorgänger anbüde. So geht's wieder weg weiter. Schnell nach Hause. Okay, ja, ich habe uns die Kolonne, jetzt sind wir nochmal verdreuen. Okay, ja, ja, ja. Oh, ja, ich habe ihn. Okay, ja, ich habe ihn. Okay, ja, 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 ja. Oh, ja, 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 ja. Schlecht, Schlecht, Schlecht. Egal. Schlecht, Schlecht, Schlecht. Schlecht, 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 Schlecht. Schlecht, 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 Schlecht. Schlecht, 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 Schlecht. Wir müssen weiter. Schlecht, Schlecht, Schlecht. den zeitplan einhalten, wir müssen zur börse was ist? ich würde mich interessieren was mit crisis mit schildern fahren der bestörer blockiert alles anhalt, leise! Schüsse im Laden unten, sollen wir sie ausschalten? Roger, ja Grinch, Ziel lockt bei den Vitrinen rechts Grinch, halte Ausschau während wir den Laden sichern ich bin dabei ok und das ist immer wieder und das ist immer wieder ok noch mehr alles ok die ist die Lage im Zentrum die Russen haben alles abgeregelt die treten uns in den Arsch wir kommen nicht durch irgendetwas verrufen ob der Schmerz hat immer noch nichts Rex ist die Bewertung gestört wir müssen diesen Zentrum abschalten dann los die sind verschanzt kurz, an den Extram 25 macht die alle Kontakt, die Memorialgebäude im Norden das ist ja geil das toll was ist ja geil, das toll das toll die Was ist das? Okay. Verstanden, Metal, los geht's! Okay. 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 Wow. ich mach doch schon ich kann die Sto-Versorgung bestören, wir geben Schneck-Ob Ich weiß nicht, ich zieh die Dinger mal an. Julliet 6-3, haben Empfang! Hier ist Julliet 2-4. Erbitten Angriff auf Angriffspunkt 4911. Bestätigung. Empfangen laut und deutlich. Verstanden, O-Line. Alle Systeme funktionsfähig. Wir schicken einen Black Hawk zur Expansion. Ankunft in 3 Minuten. Überwachung dieser O-Line. Sehen mehrere Feinde auf den Dächern in Ihrem Bereich. Sie haben das Kommando über einen Predator. Frust, in eine Verbindung mit der Predator, Herr, und das darf uns teilen. Ja, ist klar. Frust, ziele! Fünf, viele weniger! Den Knochen da, Käse Frust! Eint nähert sich! Hol ihn vorm Himmel! Lose erschossen! Noch einmal! Eint, Rauf! Mörder Schuss! Da kommt unsere Evakuierung! Gehen wir! Ein Easy Bündnis, steht da. Ah okay. Bestätigt, wir sind an Bord der Evakuierung erfolgreich. Besthalten, wir steigen auf! Wehre und viele, unter das Dach! Fort, eliminieren! Battle 01, bereit halten für neue Missionsbefehle, over! Verstanden, Overlord, her damit! Wir haben mehrere russische Kriegschiffe in unseren Hälften. Ein E-Team greift das Kommandoschiff an. Unterstützen wir es im Hafen von New York. Habe verstanden! Battle 01, vor sich! Wir sehen mehrere feindliche Geschosser in Ihrem Luftraum. Feindlicher Flieger! Drangbleiben! Drangbleiben! Frost, schieß den russischen Heli ab! Zieh Machiel an rechts oben! Noch zwei! Noch zwei! Stehen unter schwerer Beschuss! Starter russische Heli abgeschossen! Was ist denn da? Sehr gut! Wo ist der Entwurf? Scats weiter, eure Sektoren! Wir haben sie wohl verloren! Halt bitte, Geiste! Geheimnis mit links! Schiss halten, drehe nach links! Geheimnis mit links! Er ist hinter dem Gebäude! Hinter dem Gebäude! Kropp! Geheimnis mit links! Feuer! Geheimnis mit links! Oh shit! Weg! Feindlich! Seid! Scheiße! Wir stützen! Wir ab! Mach euch Druck auf den Pedalen! Ach, ganz schön, du Mist, Jack! Festhalten! Drehmoment ist okay. Henk-Rotor aktiv. Hydraulik dicht. Höhen- und Neigungssteuer okay. Treibstoff 70%. Overlaut hier, 01. Sind unterwegs zum Hafen. Over. Verstanden, 01. Der Himmel ist frei. Viel Glück. Ende. Hier Lightning-3-1. Zielsysteme wieder online. Stehen mit einer vollen Ladung J-Dams bereit. Warten auf Feuerbefehl. Lightning-3-1. Sie haben Feuerfreigabe. Unterschreiten sich Ihre Höhe. Einschlag in fünf Sekunden. Waffen gefeuert. Erste Einschläge unbedingt verifizieren. Sir, alle Ziele scheinen neutralisiert zu sein. Gut gemacht, Sandman. Wir haben wieder die Lufthoheit in Manhattan und die Frontlinie zum Fluss verschoben. Was ist unser nächstes Ziel? Das russische Kommandoschiff ist ein Oscar-2-Untersee-Boot mit genug Cruise-Missiles, um die Ostküste auszuradieren. Wir müssen schnell zuschlagen, bevor Sie einen Gegenangriff starten können. Gut, wie lautet die Mission? Schiff entern, Brücke einnehmen und dann die Waffen gegen die eigene Flotte richten. Sie müssen sich mit den Seals zusammenschließen und das erledigen. Viel Glück. Anziehen, Männer. Wo werden wir abgesetzt? Brooklyn Battery Tunnel. Ich dachte, der wäre eingestürzt. Ist er auch? In Position. Mini-U-Boot Team 4, hier Metal 0-1. Führe Funküberprüfung durch. Over. Roger 0-1. Hören laut und deutlich. Linie Echo sicher. Wir haben die Freigabe erhalten. Noch eine Minute. Behalt euch. Wir wollen hier nicht den ganzen Tag verbringen. Ja, fangt die Pate nicht ohne uns an. Jäger und Gejagte. Primärer Einschliegspunkt ist offen. Aufpassen. Man wird da unten leicht getrennt. Schön. Oh Gott. Tunnel sind überflutet. Ob da jemand rausgekommen ist? Wir können jetzt nichts für Sie tun. 295 Grad halten. 300 Meter bis zum Treffpunkt. Metal 0-1 haben euch auf dem Schaum. Verstanden. Näher an uns Treffpunkt. Das Zielteam sollte da vorne sein. Ich sehe Sie. Das U-Boot bewegt sich. Wir haben nicht viel Zeit. Verstanden. Wir folgen. Ah, wie komme ich da runter so schnell? Frost, Bewegung. Jaja. Dann ist so einfach das Ding. Sonar im Augen halten. Die Russen legen Minen. Frost, Augen auf das Sonar. Mine. Ruhig halten. Echt, Echt. 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 Noch eine Miene. Sicher. Ich versuche ja erst mal hier runter zu kommen, mein Junge. Ich glaube, an die Mine kommen wir nicht vorbei. Oh, das Ding ist so kondiziert. Frost, Bewegung. Ja. Na gut. Verstanden. Wir folgen. Auch hier? Ja, das. Komm schon. Oh. Ah, jetzt. Sonar im Auge behalten. Die Russen legen Minen. Frost, Augen auf das Sonar. Mine. Ruhig halten. Echt. Echt. Ein bisschen zeitig runter. Hm. Noch eine Mine. Sicher. Motor aus. Es geht los. Ziel nähert sich. Oskar 2, 8 Uhr. Wow. Bereits. Warte, bis es vorbei ist. Okay, los. Los. In Position gehen. Platziere Mine. Platziere Mine. Frost, pack die Mine ans Huboot. Frost, in Position. Okay. Mine scharf. Abstand halten. Gut gemacht. Bereiten Evakuierung vor. Zünden wir die Minen. Drückt drauf. Overlord. Hier Mittel 01. U-Boot taucht auf. Beginnen Angriff. Verstanden 01. Weiter mit Primärziel. Eier 5. Eier 5. Eier 5. Eier 5. Und unter Kontrolle. in Modbus. Eier 5. Martin. Angriff. Fort. Angriff. Halt. Grenade. Gehen Sie. Weiter. Denk erwischt. Wir bleiben oben. Okay. 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 Alter, das ist ganz schön verwickelt hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir müssen weg, schnell. Bullshit! Ah, das war zu schnell, wahr? Jetzt haben sie uns eingekisselt. Geh, das ist zur Brücke! Okay, gut. Hm, das kennen wir doch schon. Oh! Okay, ich hab die Startcodes. Overlord, hier Metal 0-1, schicke Checkpoint, Neptune, over. Verstanden, 0-1, bestätige Neptune. Ich habe den Raketenschlüssel und greife jetzt auf die Startcodes zu. Koordinaten folgen, Tango, Whisky, 0, 5, 6, 6, 2, 8. Koordinaten bestätigt, Feuer auf Russische Flotte in 30 Sekunden. Frost, an die Konsole. Okay. 3, 2, 1, drehen! Overlord, Paketen bereit und abgefeuert. Verstanden, Seelteam in Evakuierungsposition. Los, los! Ich muss wieder fahren, das sieht man. Das sind die Kohana. Ja, wir hatten auch zwischen zwei sieben. Im Sinn... Ich habe ihn tatsächlich geholfen... Achtung, Raketen! Weiter, Brot! Achtung! Schießt auf die Beinen! Achtung! Da ist der Beinen! Ja! Battle 01, wir haben aufgerissen! Tschüss.